Prosit Neuer, meine Freunde! Ja, natürlich noch immer beim Tee! Prösterchen! Ja, ich hoffe, ihr habt alle den Rutsch ins Neujahr gut überstanden, ohne irgendwelche Verletzungen. Ja, einfach nur mal kurz Prosit! Und ja, macht das Beste aus dem neuen Jahr! Wir haben, soweit ich weiß, 366 wundervolle Tage vor uns, so einen Tag mehr, den wir wirklich fantastisch gestalten können. Alleine dieser Vorsatz ist immer ein gewisses Stresslevel, aber wir werden das Beste aus allen machen. Ich freue mich auf die Tage, die vor uns liegen, ein bisschen was werden wir vielleicht gemeinsam verbringen. Würde mich freuen! Und ja, ich glaube, jetzt gehe meine Stimme schonen und vermutlich liege ich eh schon im Bett. Also, doch mal alles Gute für 2024 und hoffe, wir sehen uns bald in einem wieder fitten Video. Ja, bis dann, alles Gute! Bis dann! 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 Bis dann!